so ein Heckmeck machen muss deswegen dass die Roboter das doch weg transportieren warum machst du es denn warum nicht so weil du es dann im Inventar hast äh mir doch wurscht ähm warte einmal zweimal so was brauche ich eigentlich für was brauche ich denn für Flammenwerfer Munition dafür brauche ich Eisenplatten leicht Öl und Schööl genau Eisenplatten und das wird hier gebaut genau ah da auch wieder alles durch nennen noch wie immer einmal zweimal und den letzten Zug mit dem Eisenürz das ist das ist Vielen Dank. Und da steht auch, warum steht er? 1, 2, 3, 4. Da ist rot, super. Oh, das ist gut. Das ist sehr schön. Einmal und zweimal. Gut, da lässt sich kein Eisenerz mehr ankommen, wenn die Züge alle stehen aus irgendeinem Grund. So, Flammenwerfer-Munition. So, das ist gut. 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 vor wie bei Call of Duty World at War in dieser EIN-Mission. Ich mag den Flammenwerfer. Ja. Der macht Spaß, ne? Ja, vor allen Dingen, der Wald brennt jetzt von alleine runter. Das ist schön. Ja, nicht alles, aber das meiste davon, ja. So. So, dann wollen wir mal gucken, wo ich jetzt hier noch ein bisschen brennen kann. Ach so, bevor ich es vergesse, erstmal Hammerprozessoren, wir stellen Prozessoren aber her, ne? Nein, immer noch nicht. Waldbrände sind schon eine schlimme Sache. Na, fuck. Du hast die Paneele zu eng hier gebaut, da kann man nicht vorbei, da kommt man nicht durch. Oh. Naja, die solltest beim nächsten Mal immer so eine Spalte durch Platz lassen, damit man da durchlaufen kann. Aber nicht in den Feldern. Naja, nee, aber dass dann die Felder sozusagen immer von einem Feld mal unterbrochen werden, weißt du? Ähm, das bringt sonst irgendwie nicht so viel. So. Jetzt wollen wir mal, ich komm dir mal etwas entgegen. Dann können wir uns mal so ein bisschen um die Aliens her... Ich hab noch keine Munition in dem Panzer, ne? Wie viel ist denn eigentlich von meinem Flammenwerfer übrig geblieben? Oh ja, doch. Also ich hab insgesamt, ähm, wie viel hab ich denn jetzt? Ich hab noch 46 so und hab, äh, hör mal. Ich hab doch grad das Zentafor geballert. Komm, los. Hä? Wollen wir noch warten bis... Oh, große... Da sind aber viele Aliens. Ja, das wird ein Spaß. Oh. Ich bin fast tot. Weier. Äh, ich... Ja. Oh, 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 oh. Äh, mein Inventar war voll. Danke, dass du mir nicht geholfen hast. Sehr schön, danke. Ah, fuck. 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 Ja, ich find's nicht witzig. Sorry. Oh, oh. Heuri, oh. Ne, ich hatte... Fuck. Oh, ich bin auch tot. Äh, das Problem ist jetzt, äh, die kommen jetzt runter und greifen dann an. Ne? Und, ähm, fuck. Genau. Eine unserer Siedlung wird wahrscheinlich gerade angegriffen bald. Nein. Objekt wurde zerstört. Der Panzer. Ja. Könnte natürlich auch von dem Feuer sein, wo da drin stand. Ja, das war irgendwie so völlig sinnbefreit. Und vor allen Dingen, dass du mir noch nicht mehr, äh, gewarnt hast, dass da irgendwelche Scheißviecher dir hinterher laufen, ne? Danke. Die sind dir hinterher gelaufen. Nein, die sind dir. Ich bin über sie drüber gefahren. Ich bin über sie drüber gefahren. Ja, wie auch immer. Irgendwann haben wir kein Öl. Oder wir haben bald noch weniger Öl. Ach ja. Das war lustig. Das kann ich so nicht bestätigen. Das war lustig. Das war lustig. Ach. Vielen Dank.